Hallo meine Lieben! Ersetzt eine Overlock-Maschine eine Nähmaschine? In gewissen Bereichen kann eine Nähmaschine bzw. eine Overlock-Maschine die Nähmaschine ersetzen. Und welche Bereiche das sind, das zeige ich dir jetzt. Also ich fange erst mal so ein bisschen an die Overlock bzw. den Unterschied zwischen einer Overlock und einer Nähmaschine zu erklären. Und zwar eine Overlock kennt man auch unter einer Versäubungsmaschine, da sie hauptsächlich da ist, um Stoffe zu versäubern. Und eine Nähmaschine, wie schon der Name sagt, nähen. Das heißt, ich kann mit einer Nähmaschine wirklich alles nähen. Hier kommen wir auch schon dann zum ersten Vor- und Nachteil. Also wenn du jetzt sagst, ich habe eine Nähmaschine da und überlege mir aber eine Overlock-Maschine zuzulegen. Dann überlegen viele, naja, dann könnte ich ja die Nähmaschine rein theoretisch ja dann verkaufen, weil ich ja dann eine neue Maschine habe und zwar die Overlock-Maschine. Das geht aber nicht, da die Overlock-Maschine wirklich nur die Kanten versäubert. Das heißt, wenn du dir jetzt zum Beispiel eine Jeans-Tasche nähen möchtest, also eine Tasche hinten auf der Hose drauf. Dies kannst du nicht mit der Overlock machen, da die wirklich nur am Rand entlang näht. Und eine Nähmaschine, mit der kannst du wirklich auf den Stoff drauf nähen und dann halt gewisse Applikationen oder ähnliches mit einer Nähmaschine nähen. Deshalb hat eine Nähmaschine auch diese riesige Fläche hier an der Seite, damit du wirklich richtig schön auf den Stoff nähen kannst. Und der Unterschied ist, sieht man auch gut bei der Overlock, denn die hat hier keine Ablagefläche, da die jetzt einfach bei einer Overlock nicht benötigt wird, weil die wirklich nur an der Kante entlang geht. So, und wie jetzt ein Overlock-Stich bei einer Overlock aussieht, das zeige ich dir jetzt auch. So, ich habe jetzt hier einfach zwei Stücke Stüffchen, die lege ich einfach aufeinander und vernähe die sich jetzt einmal mit der Overlock. Und hier sieht man genau, was ich eben meinte. Also die Overlock-Maschine näht wirklich immer nur hier am Rand und durch dieses Verketteln bzw. Versäubern sieht man auch, dass die Kanten hier schön mit dem Garn einmal umschlungen werden. Also hier auch schon, hier werden jetzt viele sagen, ah, okay, dafür ist eine Overlock-Maschine da. Das heißt also, wie man schon ein gewissen erkennt, eine Overlock-Maschine wird niemals eine richtige Maschine ersetzen. Aber was viele auch immer denken, naja, dann kann ich ja die Overlock-Maschine weglassen und benutze bei einer Nähmaschine einfach immer einen Zickzack-Stich. Das ist ja rein theoretisch auch das Gleiche. Hier ist es natürlich, wenn du jetzt wirklich schöne Werke nähen möchtest, da sage ich dann immer, hör mal Leute, mit einem Zickzack-Stich, da wird man nie richtig schön professionelle Kleidung nähen können, da ein Zickzack-Stich auch nicht diese Last aushält, die eine Overlock-Naht aushält. Man sieht richtig, bei einer Overlock-Naht wird der Faden richtig schön, wieso also wird die Kante vom Stoff richtig schön umschlungen und somit bleibt der Stoff auch dehnbar und wirklich langlebig. Das hast du mit einem Zickzack-Stich nicht, weil die bei einer Nähmaschine hat ja nur Oberfaden und Unterfaden und das wird nie auf langer Frist halten bzw. auch nicht schön aussehen. Also wer jetzt hier sich überlegt, zum Beispiel immer wieder Mützen aus Jersey zu nähen oder Kleidung aus Jersey, den empfehle ich wirklich mal zu überlegen, ob es sich mal lohnt, sich eine Overlock anzuschaffen, das wirklich einfach professioneller aussieht, als immer mit der Nähmaschine und Zickzack zu nähen, was halt wirklich sehr unprofessionell aussieht. Ich kann dir auch gerne mal zeigen, wie das, wie so ein Zickzack-Stich jetzt bei der Nähmaschine aussieht. Und jetzt nähen wir einmal mit der Overlock einen Zickzack-Stich. Das heißt, ich mache jetzt einfach das Gleiche wie bei der Overlock. Ich nähe jetzt hier an der Kante einmal mit einem Zickzack-Stich entlang. So, jetzt habe ich einfach mal einen Zickzack-Stich hier die Seite. Einmal so, als wenn ich jetzt keine Overlock hätte und ich versorbe jetzt alles mit einem Zickzack-Stich, dann würde das bei dir auch so aussehen. Und wie man hier sieht, habe ich mich hier genau die Kante getroffen. Aber dann, wo ich das machen wollte, wie bei der Overlock, sieht man hier, dass dann hier anfängt, sich der Stoff so ineinander zu quetschen. Und hier ist natürlich auch dieser Vorteil bei einer Overlock. Durch das Messer, was die Overlock hat zum Nähen, werden die Stiche, also kommen die Stiche richtig schön hier an der Kante, sieht man, wie gerade die Overlock das mit abschneidet, den Stoff. Und das fehlt halt bei der Nähmaschine. Bei der Nähmaschine fehlt halt dieses Messer, das ich nicht genau an der Kante hier entlang nähen kann. Denn wenn ich zu dicht hier ran nähe, dann kann es mal öfters passieren, dass der Stoff sich ein bisschen in die Nähmaschine frisst. Und dann entstehen natürlich hier diese nicht so schönen Wulst an der Seite. Und der nächste Aspekt ist auch bei einem Zickzack-Stich. Also ich versuche es jetzt mal vorzuführen. Ein Zickzack-Stich kann ich ganz einfach wieder lösen, indem ich einfach hier den Unterfaden nehme. Und wenn ihr seht, ich kann den ganzen kompletten Faden wieder herausziehen. Das heißt, wenn ich jetzt was genäht habe und ich bleibe irgendwo hängen oder so, seht ihr, wie einfach das ist. Ich kann den kompletten Faden einfach wieder entfernen. So, und dann wäre natürlich das ganze Kleidungsstück hinüber. Was der Vorteil bei einer Overlock-Maschine ist, da die mit vier Fäden näht und durch dieses Umschlingen ist es nahezu unmöglich, an einen Faden dran zu ziehen und damit die komplette Naht wieder aufzuziehen. Also wie ihr seht, hier fängt das dann schon an, sich ineinander zu zwirren, sozusagen. Also es ist wirklich unmöglich, diese Naht wieder aufzukriegen. Hier ist natürlich dann, wenn man mit der Overlock näht und man möchte diese Naht dann wieder auftrennen, ist natürlich viel aufwendiger, als wenn ich jetzt mit der Nähmaschine einen Zickzack-Stich nähe. Aber der Vorteil ist halt, dass die Naht viel länger hält bei einer Overlock. Ich lese auch immer ganz, ganz häufig, dass sehr viele der Meinung sind, mit einer Overlock-Maschine sollte man wirklich nur zum Beispiel Jersey-Stoff hernähen. Da das eine Versäubungsmaschine ist bzw. da viele der Meinung sind, die Naht soll ja elastisch bleiben und eine Overlock-Naht ist ja auch elastisch. Das ist ja auch richtig, dieser Aspekt. Nur eine Overlock-Maschine bzw. die Overlock-Naht kannst du für jeglichen Stoff verwenden. Also ich würde natürlich jetzt kein Leder damit nähen, weil Leder muss man ja nicht versäubern, der franst ja nicht aus oder so. Dieser Leder ist auch viel zu dick für eine Overlock. Aber Jersey-Stoff, zum Beispiel auch Seide oder ganz normalen Baumwollstoff jetzt hier, den ich hier vor mir liegen habe, der jetzt hier anfängt auszufransen, das kannst du alles mit der Overlock machen. Dafür ist sie ja da. Sie ist ja zum Versäubern und zum Vernähen in einem da. Also das heißt, ich kann wirklich, also viele sagen ja, nein, man sollte nur Jersey damit nähen, aber wofür soll ich dann eine Overlock holen, wenn ich nicht alle Stoffe damit vernähen kann. Also hier, du kannst Jersey, Baumwollstoff, jegliche Stoffe, die du zu Hause hast, kannst du wirklich beruhigt mit der Overlock vernähen und versäubern in einem. So, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video wieder ein wenig weiterhelfen. Unser Fazit für heute, die Overlock-Maschine und die Nähmaschine sind wirklich zwei komplett verschiedene Maschinen und haben natürlich auch beide ihre Vorteile. Und wenn du dir jetzt überlegst, ich möchte Kleidung nähen, wo die Nähte sehr, sehr lange halten sollen und auch schön aussehen sollen, dann wäre vielleicht eine kleine Überlegung wert, sich mal so eine Overlock-Maschine genauer anzuschauen und sich vielleicht auch eine zuzulegen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video wieder ein wenig weiterhelfen. Wenn du irgendwelche Fragen haben solltest zu Thema Nähmaschine oder zum Thema Overlock, dann schreib diese gerne unten in die Kommentare. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Deine Anna. Bis zum nächsten Mal.